Hey Leute da draußen, die total auf irgendwelche kranken Rituale abfahren. Willkommen zurück zu The Alien Cube. Ich habe was gefunden. Einen alten Schlüssel. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe ihn gefunden. Oh, der funktioniert mit einer Art Mechanismus. Also die Tür. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Aber schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem noch recht tollen Spiel. Okay, wir haben es jetzt aufgeschlossen. Ohne sichtbares Schloss. Ach, da oben. Vergiss es. Ja, und wir brauchen jetzt wahrscheinlich was, um das Kohlebecken oder die Kohlebecken anzuzünden. Was sieht denn hier aus? Äh. Äh, was ist das? Oh, sind die Streichhölzer? Ja. Gut. Können wir die Kohlebecken anzünden. Um das Rätsel zu lösen wahrscheinlich. Ah, ist das hier die Kläranlage? Das sieht doch gut aus alles. Ja. So, ich muss aber kurz die Symbole durchgehen. Also, wir haben erst dieses G. Ja. Dann dieses... Keine Ahnung. D. Dann das Pentagramm. Und dann das Z. Also erstmal G. Zip. Oh, sieht ja sehr schön aus, das Feuer. So, dann das hier. Zip. Dann Pentagramm. Zip. Und dann das hier. Was war das jetzt für ein Ritual? Ich hoffe, ich nehme es auf, sonst muss ich das... Ja. Was ist denn hier noch? Ausgespeichert. Die Tür... Naja. Ah, das ist ein Gebel. Die Klack. Hat jetzt was gemacht? Jetzt ist es da auf, hier ist noch ein Buch. Die Geschichte des Ordens. Man sagt, in längst vergangenen Tagen gelang es unseren Vorfahren dank vergessener Technologien, die Geheimnisse des Universums zu ergründen. Es war zu dieser Zeit, als die ersten Theorien zur Existenz der äußeren Welt aufkamen. Dieses unschätzbare Wissen ging verloren in den Nebeln der Zeit über Jahrtausende und beraubte die Menschheit seiner größten Entdeckung. Dann kam es zum Ereignis und Gottes Auge wurde uns überlassen. Man sagt, dass dieses heilige Objekt vor den heiligen Alten selbst gesandt wurde, um ihren Jüngern zu ermöglichen, zu ihrem Ursprung zurückzukehren. Geil. Warte, was? Jetzt ist Pum, Pum, Pum. Ah. Macht der Hebel jetzt. Macht er jetzt. Was passiert jetzt? Nichts passiert. Boah. Ich weiß nicht, ob der Hebel für irgendwas gut war. Wahrscheinlich, ja. Äh. Ist ja geil hier. Dieser Ort, er existiert wirklich. Wisst ihr noch, Leute, das ist der Anfang. Der Anfang des Spiels. Und da waren wir. Hier. Wo ist der Ausgang? Das erste Mal gucken. Dann waren wir ja wirklich schon hier am Anfang des Spiels. Aber in einem Traum? Oder wie soll ich das jetzt? Wie soll man das verstehen? Ist das real? Tabletten. Was ist das für eine Kreatur? Dieser Ort. Ich erinnere mich gut daran. Ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Ja, sicher, dass es ein Traum war, Junge? Hm. Opferschale. Ist genau so wie in meinem Traum. Ach, ich glaube nicht, dass es ein Traum war. Fotos. Ist ein Foto. Egal. Geh mal lieber. Es geht da draußen. Vorsicht. Okay, es ist normal, wenn man das abbricht, dass es dann so rüberzuckelt. Ganz schnell. Ich finde es erschreckend. Ein bisschen erschreckend, doch? Ich wollte hier nicht sein. Also in echt. Nee. Ja, wir sind frei. Ein bisschen. Oh, guck mal, wie schön. Die haben uns extra Kerzen hingestellt, dass sie ja nicht verlaufen diesmal. Alles ja toll. Das ist ja super. Guck mal, so schön mit Zäunchen hier und alles. Und idyllisch. Geht halt wirklich auch nur mit Kapuze. Oh, da steht noch einer. Und Kapuze, du, mal wieder. Hi. Und ein bisschen Blut. Voller Schädel, die Pfütze da. Alter. Die wissen nicht, dass ich da bin. Da sind die echt blind, ne? Das ist die Ohrpriesterin. Sieht das Auge? Alter. Das ist jetzt so ein ekelhaften. Oh, da steht einer. Wer jetzt verfolgt. Weil ich, wenn ich verfolgt, will ich dem zu nahe kommen. Aha. Das ist das Auge. Ich kann nicht wechseln. Das kommt auf ein Kapitel, oder? Die Wahrheit. Kapitel 8. Das ist der Wahrheit. Was für eine Wahrheit. Ihr habt doch schon gesehen, was hier vor sich geht. Kinder. Alter. Alter. Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Aber wer war dann die Person, die da oben stand und irgendwas Grünes rumgeschwenkt hat? War das nur eine grüne Taschenlampe? Oder? Weil das Auge war ja hier unten, dieser Alien Cube. Das ist doch lustig. Wenn ihr an Aliens denkt, und was denkt ihr denn? Ich denke immer an diese kleinen grauen Männchen. Ich denke nicht automatisch an irgendwas, wie die alten Götter da, die uralten, ne? A la Cthulhu mäßig, sondern ich denke halt wirklich an UFOs, kleine grüne Männchen. Habe jetzt auch ehrlich gesagt hier so ein bisschen dran gedacht, bevor ich es gespielt habe. Von Alessandro. Hier. Das ist die Wahrheit. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es noch lang geht. Das wird jetzt auf jeden Fall der letzte Part sein, sag ich mal so. Was ist das? Wir sind in irgendeiner Flüssigkeit. Oh, wir sind in so einem Tank, Leute. Wir werden jetzt eines von diesen Viechern. Also gut, das war ein Traum, aber. Die äußere Welt hier. Aber das ist unmöglich. Nö. Haben wir das schon ein paar Mal miterlebt. Das ist nicht unmöglich. Schade, ich hätte mal probieren sollen, was passiert, wenn ich dem Entgegen laufe, dem Typ. Ne, da geht es nicht weiter. Ich jogge doch mal ein bisschen gemütlich zurück. Es ist auf jeden Fall alles anders hier. Das Ritual ist vollendet, aber der Übergang war schwerer, als wir dachten. Abgesehen davon sind wir endlich hier in der äußeren Welt. Viele von uns haben nicht überlebt. Andere drehen durch. Dieser Ort ist mit unserem schwachen Verstand nicht zu begreifen. Mein Verstand ist kaum klar genug, diese Zeilen zu schreiben. Wir haben uns hierauf vorbereitet, aber es war nicht genug. Verdammt, mein Kopf. Ich fühle mich, als würde ich zugleich von einer verzerrten Form zwischen Realität und dem, was in meinen Gedanken ist, leben. Das sehe ich wirklich. Ich kann nicht zwischen meinem Gedanken und dem, was meine Augen sind, unterscheiden. Alles hier ist unbeschreiblich. Wir müssen versuchen, weiterzugehen. Die Heiligen Alten erwarten uns. Ja. Und was machen sie dann mit euch? Sie werden euch in der Luft zerreißen, wahrscheinlich. Weil ihr seid nichtig und ihr seid einfach nur Staub. Violett ist mal was Neues, du. Das ist halt genauso blöd, dass man nicht sieht, wo es hingeht. Das ist wieder so ein Teleporter, wie der, der uns in unsere Welt geführt hat, letztes Mal. Dieses Bild, ich habe es in meinen Träumen gesehen. Was macht das hier? Das ist Oc. Edgar. Darth Projourner. Strange Sighting in Black Hill. Die überschämt hier nicht von der Perspektive. Das ist so ein Geier. Was ist das denn? Es stimmt hier einiges nicht. Die ganze Gravitation ist, also nicht die Gravitation, aber es ist irgendwie, von der Architektur ist alles total komisch. Überhaupt richtig. Man sieht das nicht sehr gut. Ich bin jetzt schon wieder gelandet. Lass mich jetzt durchschwimmen, oder was? Ich setze mich in mein Boat und mache gar nichts mehr jetzt. Aber der Part ist ja noch nicht vorbei. Schade. Irgendwas riesiges. Der Protzschlotz, die da rumhängt. Da raus? Ne, ich kann nicht mehr raus. Ich würde immer auf eine Kante hochlaufen, also auf der Schräge. Und du kannst ja nirgends wo hochziehen, der Kerl. Sind die überall Boote? Sehe ich nicht so ganz. Er schwimmt halt echt wie so ein Torpedo, oder? Unglaublich. Tagebuch. Oh Gott, es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren. Wenn wir doch nur einen Weg ausmachen könnten. Wir müssen zusammenbleiben und diese Phase bewältigen. Oder wir laufen Gefahr, hier für immer festzusitzen. Gefangenen, äh, Gefangenen in unseren eigenen Gedanken. Aber ich bin mir sicher, ich schaffe das. Ich hatte eine deutliche Vision von meiner Zukunft. Ich sah meine Vereinigung mit dem Heiligen Alten. Die Transformation. Ich kann es kaum erwarten. Die Heiligen Alten sind nah und sie rufen uns. Ich kann es spüren. Ich weiß immer noch nicht so ganz, ob das passiert. Oder ob ihr einfach nur sterbt. Ob die einfach nur Spaß daran haben, euch und die Wohnung. Das ist nicht möglich. Jetzt. Ah. Mach das doch nicht immer. Du weißt doch, dass hier alles möglich ist. Ich sag, wir sind in einem der Behälter. Wir werden jetzt gerade transformiert. Vielleicht schon von Anfang an. Deswegen haben wir diese Visionen. Was sind das für Visionen? Was haben sie zu bedeuten? Ja, ich sag doch. Das ist alles. Wo? Nee, da geh ich jetzt nicht runter. Das ist... Allowed. Leave Britney. Nee. Oh, okay. Der Schatten. Das Licht. Er hat sich jetzt mal... Ach nee, der Stuhl dreht sich. Das ist seltsam. Aber ich finde das Spiel gerade richtig stark. Hat echt gute Ideen soweit. Das ist mein Schlafzimmer. Was tun sie? Sieht aus wie... Als wäre es echt so ein bisschen. Echte Aufnahmen. Leute, ich sag euch. Die haben uns... Die haben uns abgeholt und haben uns in so einen Container gepackt. Und wir träumen das ja alles nur. Das ist alles schon... Das ist alles schon im Gange, unsere Transformation. Wir sind... Wir sind bald einer dieser Fische. Hochzug. Den benutze ich später. Das kann nicht sein. Was ist das? Jemand atmet. Okay. Ich lauf mal ganz schnell weg. Da ist gar nichts. Die ist weg. Was war das bitte? Oh, der Aufzug ist jetzt auf. Ah, zwerg. Welcher Stock ist ja auch egal. Etwas unheimlich, dass das Ding hier keine Wände hat. Oder kein Licht. Aber ganz ehrlich, ich finde das nicht so schlimm, als würde man sehen, was kommt. Beziehungsweise... Ein bisschen Vorahnung, aber jetzt weiß ich ja, dass irgendwas kommen muss. Oder halt auch nicht. Oh, Köpzi. Halt gerade ein bisschen zu unwirklich jetzt, dass ich mich gruseln würde. Oh nein. Drei verschiedene Bretter nebeneinander. Da heißt, eins wird einbrechen. Oder auch nicht. Was hier nur in unserem Kopf ist. Oh Gott, ich sehe die Platten nicht. So dunkel. Äh, Tagebuch. Abgesehen von einigen Schwierigkeiten haben wir es geschafft, weiterzukommen. Es ist nicht mehr so leicht, sich aufeinander zu verlassen, da unsere Gedanken von vergangenen und zukünftigen Erfahrungen getrübt werden, welche irgendwie immer wieder vor unseren Augen aufblitzen. Es ist, als würde man die Vergangenheit und Zukunft zugleich sehen. Es ist unglaublich. Wir wussten, dass die Zeit sich hier völlig abnormal verhalten würde. Aber es scheint fast, als würden hier alle Zeiträume gleichzeitig nebeneinander zu existieren. Nur ein überragender Verstand kann mit all dem umgehen. Die wahre Form der äußeren Welt ist direkt um uns herum. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie wirklich wahrnehmen können. Es ist der einzige Weg, die Orte zu erreichen, an denen die heiligen Alten leben. Wir haben alle eine seltsame Gegenwart um uns herum gespürt. Es scheint aber keiner der alten Wesen gewesen zu sein. Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, welche Kreaturen hier noch in dieser Dimension leben, neben unseren Götternhausen. Okay. Ein bisschen Wasser. Blut. Ist das eine riesige Appelle? Ich weiß auch nicht. Aber ich sag ja, wir sind schon längst in dem Tank und werden verwandelt in so eine Echse. Oder Halb-Echse. Aber trotzdem, es ist schon... Es ist echt Aufwand dahinter, glaube ich, sowas zu machen, hier für solche kleinen kurzen Szenen. Ist das eine Brücke? Ist das aus wie... Oh mein Gott. Könnte auch ein riesiger Bogen sein für... Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn erfüllt. Von der oberen Seite sind es aus wie eine Brücke. Aber so sieht es aus wie ein riesiges Tor einfach nur. Und Rohbau aus Holz. Das ist creepy hier. Ein Auto. Ich glaube, als der uns... Als der uns niedergestochen hat, da sind wir in den Tank gepackt worden. Früher schon. Die waren ja schon in unserem Apartment, oder? Im Haus. Das zieht sich gerade so ein bisschen, ne? Ich habe ja gesagt, dieser Part ist der Letzte. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt Lügen erzähle hier. Au. Mein Gesicht blutet. Meine Augen. Er schnauft zumindest schon mal. Also unendlich kann er wohl doch... Auch noch sprinten, aber... Er schnauft. Weser gibt Pipelines. Hat so ein bisschen was aus dem Freddy Krueger Albtraum hier, oder? Können filmen. Oh, bewegen sich die Tentakel. Pulsieren zumindest. Jo. Eindeutig, wir sind in Japan. Wollt gar nicht springen. Okay, ich war die ganze Zeit auf der Leertaste, merke ich gerade, da habe ich sie losgelassen. So ein bisschen habe ich die gedrückt, anscheinend. Das ist doch nur Einbildung. Warum sollte uns hier jemand verfolgen? Wir sind doch längst schon gefangen genommen. Das war wohl auch. Das soll wohl auch, ne? Oh, je, wir sind... Irgendwo. So, was der Kerl mitmacht, ne? Was es keinem antut. Oh, dieser Ort, ich kenne ihn. Ja, den kennen wir in der Tat. Da waren wir schon mal. Warum sind wir jetzt wieder hier? Ich sag ja, vielleicht waren wir die ganze Zeit hier. Das sind alles nur Erinnerungen von dem, dass wir schon mal da... Oh. Er schreibt schon in der alten Schrift. Seht ihr, wir sind in dem Tank, wir verwandeln uns in so ein Tentakelviech. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Wir sind schon nicht mehr menschlich, deswegen kann er schon... ...die menschliche Sprache nicht mehr, anscheinend. Oder er schreibt zumindest nicht mehr, wie ein Mensch. Nee, da geh ich jetzt, glaube ich, nicht runter. Mach' Mama nicht. Keine Seite. Wir lernen, mit den Visionen umzugehen und darin zu unterscheiden, was unsere Augen wirklich sehen. Wir haben einen riesigen Bau erreicht, der, wie es scheint, von den Wächtern beaufsichtigt wird. Unter dem Befehl der Heiligen Alten. Das hier muss der Ort sein, in dem all die Leute aus unserer Welt gebracht und festgehalten werden, um auf ihr endgültiges Urteil warten. Nur diejenigen, in dessen Adern das Blut der Heiligen Alten fließt, werden für die letzte Transformation auserwählt. Nur so ist es uns möglich, Teil von ihnen zu werden. Wir haben unsere Leben dem Erreichen dieses Ziels gewidmet. Wir werden auserwählt werden und unsere Körper werden sich mit den Heiligen Alten vereinigen. Wir werden eins mit ihnen werden. Wir müssen sie nur erreichen und uns zeigen. Sie werden das Blut, das in unseren Adern fließt, erkennen. Oder halt nicht. Oh, da sind die Tanks wieder. Ah, guck mal, der hier, die Zähne. So wollt ihr aussehen? Ich weiß ja nicht. Langlebigkeit. Langlebigkeit als irgendein hässlicher Tentenfisch. Schmackssache. Ah, ich krieg Tinnitus hier. Warum machen die das die ganze Zeit, dieses Piepsen? Alessandro. Mach doch nicht dein Piepsen, bitte. Ja, okay. Ja. Oder das ist vielleicht die Vision von Edgar, dass der da eingeschaut hat. Ja, Alter. Papa. Zubia. Das ist krass. Wir kennen die Wahrheit. Sag doch, wir sind das, hier. Verwack dich so. Aber... Aber das ist mir! Nein. Das ist nicht möglich. Nein. Nein! Ich weiß, wie lange wir da schon drin sind. Aber wir sind einer der Alten, ja? Offensichtlich. Also wir haben das Blut von den Alten in uns. Ja, dann. Schön langes Leben, ne? Gratulation. Du hast es geschafft, Arthur. Okay, also so wie jetzt gerade dargestellt wurde, guck mal, bin ich total geil. Ein Fisch. Die Alien Cube. Das war's. Finde ich gut. Es hat ein offenes Ende und nicht irgendwie so, oh, ich bring mich jetzt noch um, weil, ne? Zwei von acht Geheimnissen, oder? Okay. Ja, gut. Ich meine, Alessandro, gut, so hat es gemacht. Dankeschön, Alessandro. English Translation. Francesca. English German. Bettina Pritz. So weiter. French. Russian. Voice. Ryan Leffton. Hat er gut gemacht, finde ich. Ja. Schön, Leute. Das war's. Ja, folgt ihm auf Twitter. Gut so Prots. Ich mach das auf jeden Fall noch, hab ich noch gar nicht gemacht. Ja, und der Land of Pain auf Steam. Er hat erst zwei Spiele gemacht und ich finde, das ist für ein zweites Spiel schon richtig stark. Also kann man nicht meckern. Hat mir sehr viel Freude gemacht, weil es halt auch recht kurz, aber ich hab's ja auch nicht anders erwartet, hab ich ja schon gesagt. Ich hab sogar mal gesagt, für ein Spiel, für ein solches Spiel ist es doch recht lang schon. Das waren jetzt dreieinhalb, vier Stunden, keine Ahnung. Ja, zieht's euch mal rein, kauft's euch vielleicht gerne noch, um den zu unterstützen, den guten Mann. Ich bedanke mich sehr für eure, für euer Zuschauer und eure Unterstützung in Form von Likes und Kommentaren und wir sehen uns wieder in sowas anderem. Ich bin der Bruga, macht's gut. Tschüss.